Willkommen zu einer weiteren Folge Black Mirror 3. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben in der Kirche, nachdem wir das Grab von Samuel gefunden hatten. Und diese Worte, die bei ihm auf dem Grabstein stehen, sollen hier irgendwo in der Kirche auch nochmal stehen. Ich vermute ja hier an der Säule. Deswegen gucken wir uns das mal an. Weil schließlich glaubt irgendwer an uns, gibt uns irgendwelche Hinweise und da wir sonst keinen Hinweis an den Grab von Samuel gefunden haben, helfen uns vielleicht nur diese Worte. Der Spruch vom Grab meines Vaters ist dabei. Das Lamm Gottes von Johannes, meinte der Pfarrer. Ha, ein Geheimfach. Ich frage mich, wer das da eingebaut hat. Und wozu? Das frage ich mich auch. Was befindet sich da? Eine Nachricht, eine Nachricht, schön. Nachrichten sind super. Jetzt wird es interessant. Oh ja, es wurde auch schon vorher interessant, keine Sorge. Wenn du nicht dasselbe Schicksal wie dein Vater erleiden willst, musst du über alles schweigen, was dir von nun an widerfährt. Niemand darf von dem Geheimnis erfahren, das am Ende deines Weges steht. Doch du stehst erst am Anfang. Und zuerst gilt es, deine Unschuld zu beweisen. Wenn du alle Aufgaben erfüllst, die ich dir stelle, dann wird niemand mehr an deiner Unschuld zweifeln. In deiner ersten Aufgabe musst du Ausschau nach Leuten halten, die Hilfe brauchen. Ich frage mich echt, wer dahinter steckt. Ich frage mich das echt. Aufgaben erfüllen? Was soll das denn jetzt schon wieder? Das ist doch sicher wieder eine dieser kranken Ideen von Murray. Mhm. Na gut, ich spiele mit. Vielleicht kann ich ihm ja etwas die Suppe versalzen. Ich frage mich echt, wer das ist. Nach Leuten Ausschau halten, die Hilfe brauchen. Braucht irgendwer meine Hilfe? Hallo! Warum läufst du gerade so komisch? Brauchst du meine Hilfe, Totengräber? Okay, Totengräber braucht nicht meine Hilfe. Ähm. Wer könnte meine Hilfe gebrauchen? Ich weiß es nicht. Ich gehe wieder diesen wunderschönen Weg lang, der mir nachts ein bisschen Angst gemacht hatte. Aber hier passiert nichts. Okay, schade. Ähm. Nach Leuten Ausschau halten, die Hilfe brauchen. Wer könnte Hilfe gebrauchen können? Wer darf ich eigentlich... Da brauche ich doch nicht hin, oder? Victoria hat mich rauswerfen lassen. Keine gute Idee, sie nochmal zu belästigen. Deswegen. Ich würde eher sagen, dass wir einfach mal nach Willow Creek gehen. Vielleicht finden wir da ja jemanden, der Hilfe braucht. Oh! Sieh einer an! Da braucht jemand anscheinend Hilfe. Das sieht aus wie das Auto von... Das bei... Äh... Bei... Dem Haus... Was vor dem Haus von Dr. Herman stand. Oh Gott, war der Satz jetzt schwer. Der Kerl scheint Probleme mit seinem Auto zu haben. Vielleicht kann ich ja helfen. Sieht echt wie das Auto aus. Hi, äh... Haben Sie Probleme? Hä? Na, mit dem Wagen. Nee, ich frieh mir hier nur zum Spaß die Eier ab. Scheiße, verdammt. Die Karre springt nicht mehr an. Du bist nicht zufällig Automechaniker. Äh... Nein. Dachte ich mir. Bist mir so der theoretische Typ, hm? Ja, irgendwie schon. Ich hab vier Semester Physik studiert. Na, jedenfalls besser als Botanik. Willst du nicht mal einen Blick drauf werfen? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Naja, ehrlich gesagt hab ich zwei linke Hände bei sowas. Aber wenn Sie wollen, könnte ich Ihnen Hilfe aus dem Dorf holen. Bin sowieso auf dem Weg dahin. Na schön, dann geh an Pop vorbei und sag Tom Bescheid. Sag ihm Fills Karre streikt mal wieder. Dann weiß er schon, was los ist. Achso, Tom. Und wenn er nicht da ist? Scheiße, der Bär in den Wald? Na klar ist er da. Das könnte aber dauern. Vielleicht versuch ich es doch mal. Werd schon nichts kaputt machen. Von mir aus. Oh Mann. Nur zu. Schon wieder dürfen wir in einem Spiel Automechaniker sein. Oder generell was reparieren oder wie. Ich unterhalte mich erst mal. Erst mal mit. Kommen Sie aus Willow Creek? Ihm, genau. Wie kommst du denn da drauf? Na, weil Sie Tom kennen. Nein, ich bin nicht von hier. Hast du den Fehler schon gefunden? Wie alt ist denn dieser Wagen? Hier gibt's ja mehr Rost als Motor. Keine Ahnung. Bis jetzt ist er jedenfalls immer wieder angesprungen. Mhm. Hm, vermutlich war er schon am D-Day im Einsatz. Wie geht's eigentlich Ralf? Ralf? Kenne ich nicht. Achso, ich dachte, Sie hätten ihn vielleicht getroffen. Wieso das? Na, ich dachte, er treibt sich beim alten Anwesen rum und weil doch heute Morgen Ihr Auto dort stand. Hätte ja sein können, dass Sie ihn gesehen haben. Das ist ein üble Absteiger, aber wahrscheinlich immer noch besser als gar kein Dach über dem Kopf. Ah, ich glaube, das muss es sein. Hier ist ein Kabel abgefallen. Ich helfe nie wieder Leuten, die irgendwie Hilfe brauchen. Mäh. Hallo? So danken die das mir. Klar, logisch. Scheiße. Was ist das hier? Hilfe! Hüpft mich jemand! Hilfe! Hilfe! Hey, was soll das? Sind Sie irre? Lassen Sie mich sofort raus! Damit du mich an die Bullen vertreibst? Das ist es. Und was haben Sie vor? Alter! Hilfe! Ruhe! Hier kann mich eh keiner hören. Ich lasse hier so lange drin, bis ich weiß, was ich mit dir machen soll. Hey! Ihr könnt doch darüber reden! Ich verrate schon nichts. Ja, natürlich. Was sagen Sie alle? Du musst dir bequempen. Es gibt kein letzter Tag heute. Scheiße, das können Sie nicht machen! Du hast ja keine Ahnung, was im Ganzen kann. Viel Spaß noch! Ich hab noch was zu erlebigen. Warten Sie! Hey! Fuck! Wenn ich mir nicht ganz schnell etwas einfallen lasse, um hier rauszukommen. Bringt mich der Kerl noch um. Verdammt, Mordred. Jetzt könntest du mir ausnahmsweise mal helfen. Was erwartest du, dass du jetzt Bernkräfte entwickelst und... Ich will kein Licht! Ich will hier raus! Ah, dann kannst du besser sehen! Nein. Fußende. Bin ich da vielleicht... Ich kann ein paar Löcher erkennen, aber mehr auch nicht. Ja. Ich hab ja gesagt, ich will, dass du dir Licht machst, aber... Ich will kein Licht! Ich will hier raus! No, 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 no. Ähm, Seitenwand geht nicht, das geht nicht, ähm... Ja, geht alles nicht. Pech, muss jetzt da drin bleiben. Schlüssel, könnte ich mir auch nicht vorstellen, Mr. Bubby. Glaube ich eigentlich auch nicht. Die Decke ist aus Metall. Ja, das hab sogar ich erkannt. Aber sie scheint nicht sonderlich dick zu sein. Rustig ist sie auch. Hier bröckelt es überall. Dann guckt die Seite an. Ich bin umgeben von kalten Metallwänden. Wie in einem Sarg. So, sonst noch? Ah, da oben kann ich jetzt was machen. Das scheint eine Art Tür zu sein. Kannst du dagegen treten? Klappt nicht. Irgendwas blockiert die Tür von außen. Ich kann sie nicht öffnen. Gut, dann mit dem Deckel vielleicht... Nein, natürlich nicht. Nein. Och, jetzt seriously. Ja, wenn du mal Licht hättest. Ich glaube, ich weiß, wo ich mich befinde. Das muss eine von diesen Kühlkammern sein, in denen man Leichen aufbewahrt. Dann ist das da oben so eine Bahre, die man rausziehen kann. Wenn diese verdammte Bahre nicht so verdammt glatt wäre, könnte ich vielleicht genug Kraft aufwenden, um sie durch die verdammte Tür zu rangen. Jetzt? Och, seriously. Ich dachte vielleicht ein bisschen anrauen und dann hätte das geklappt oder so, aber... Na ja, dann mach das halt so. Mich würde es nicht wundern, wenn da irgendeine Leiche ist. Ach du heilige Scheiße, wie sieht es denn hier aus? Was ist das für ein rotes Lämpchen? Mach das... Mach Licht an. Hier muss doch irgendwo der Lichtschalter sein. Der war es nicht. Huch, das war ja einfach. Wo habe ich denn zuerst drauf gedrückt? Oh, ups. Das sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Aber anscheinend ist sie kaputt. Okay. Ähm, dann guckt ihr mal... Ja, aber guckt mal, was im Leichensack drin ist. Ich hab... Ich möchte... Ich möchte wissen, dass es nicht Rolf ist. Ich weiß. Ist bestimmt keine gute Idee, da reinzuschauen. Stinkt wie die Pest. Aber ich würde trotzdem gern wissen, wer oder was da drin vergammelt. Oh, oh. Darauf hätte ich verzichten können. Und da bin ich rausgeklettert. Wer war es denn? War das dieser... Obdachlose? Das Fach ist auch mit einem Vorhängeschloss gesichert. Und hier gibt es auch Luftlöcher wie an meinem Fach. Scheiße. Da ist jemand drin. Ich höre, wen atmen. Hallo? Hallo? Jemand da drin? Können Sie mich hören? Wer auch immer da drin ist, einen tiefen Schlaf hat er. Keine Chance, ihn aufzuwecken. Okay, das müssen wir am besten auch irgendwie aufbrechen, denke ich mal. Ein massives Vorhängeschloss. Ohne den passenden Schlüssel bekomme ich das bestimmt nicht auf. Okay, gut. Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir haben hier einen Stuhl. Vielleicht ist das der passende Schlüssel für... Ein Stuhl mit Arm und Beinfesseln. Könnte aus einem alten Sanatorium stammen. Ich will mal kurz gucken, was er sich da alles notiert hat. Wer auch immer in der Kühlkommisse atmet, doch ich muss ihn da rausholen, bevor es so spät für ihn ist. Ja. Äh... Bla, bla, bla. Ähm... Er hat auch die Vermutung, dass egal wer ihn auf die Prüfung stellt, ihn halt zu diesen Irren gelockt hat. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Kann ich mit dem Kabel irgendwas machen? Weiß ich nicht. Scheint nicht so. Ich guck mir den Schreibtisch einfach mal an. Ja, klar. Zigaretten. Wenn ich hier nicht mehr rauskomme, kann ich wenigstens mit dem Rauchen anfangen. Ist doch schon mal eine Motivation. Fläschchen. Ein Fläschchen. Riechsalz. Ah. Nichts mehr drin. Schade. Ach man. Das sind verschiedene Bücher. Medizinische Bücher. Geheimnisse des menschlichen Gehirns. Aufbau und Funktion des zentralen Nervensystems. Ich glaube nicht, dass Phil damit für die Gehirnchirurgenprüfung büffelt. Bunsenbrenzer. Ein funktionierender Bunsenbrenner. Okay. Der wird uns auch für irgendwas hilfreich sein. Solche Metallkisten nutzt man meistens als Geldkassette. Diese hier hat ein Zahlenschloss. Okay, die hat ein Zahlenschloss. Ich habe aber noch keine Zahlen gefunden, die mir helfen könnten. Wie man es eher bei einem Metzger vermuten würde. Bei einem widerlichen Metzger. Ja, und sonst kann ich nur raus. Schubladen kann ich öffnen. Chemie in der praktischen Anwendung. Ein ganz schöner Schinken. Könnte sich als nützliches Nachschlagewerk erweisen. Oh, da ist noch ein Skalpell. Ein wunderbares Werkzeug. So klein. Und doch schneidet es Fleisch wie Butter. Ähm, das war eher der Mordred, der aus ihm gesprochen hat. Kann ich die anderen auch aufmachen? Nein, kann ich natürlich nicht. Sonst ist sie jetzt auch nichts mehr. Metallkist, ja, da ist ein Zahlenschloss. Zahlenschloss bringt mir noch nicht viel. Hier haben wir Aktenschränke. Ist das da ein Stativ? Also wenn das ein Stativ ist, mit Kamera drauf, ich will nicht wissen, was für kranke Sachen der gemacht hat. Was haben die denn hier verloren? James Gordon. Der war doch Patient im alten Sanatorium. Dann sind das die kranken Akten von dort? Hier sind Totenscheine drin. Mehrere. Ausgestellt von Dr. Heinz Herman auf James Gordon und auf verschiedene Todesursachen. Einmal Herzinfarkt, einmal Freitod. Und alle ohne Datum. Ralph Thompson. Geboren am 03.03.1960. Diagnose wahnhafte Schizophrenie, therapieresistente Depression mit Suizidalität. Medikation Stufe 4. Kombinations-Schocktherapie. In Klammern Elektrokrampftherapie und Insulinschocktherapie. Armer Ralph. Kein Wunder, dass er verrückt ist. Und hier ein Totenschein von Ralph. Ralph. Ausgestellt von Dr. Herman. Tod durch Genickbruch in Folge Selbststrangulation. Diesmal mit Datum 1.09.1981. Ralphs Tod war also schon geplant gewesen. Diese Schweine. Wären sie im August 81 nicht selbst draufgegangen, wäre Ralph jetzt tot. Unfassbar. Der Rest ist uninteressant. Die Leute sagen mir alle nichts. Unglaublich. Das ist echt krass. Küchentücher Marke Wisch und Weg. Wen wundert's? Noch unbenutzt. Werkzeug? Medizinische Werkzeuge, wie man sie aus Krankenhäusern kennt. Und aus Leichenhallen. Die meisten davon sind verrostet und nicht mehr zu gebrauchen. Okay. Das Stativ können wir leider nicht angucken, aber die Blutflecken, die dort sind. Das Blut sieht noch relativ frisch aus. Noch relativ frisch? Haha, toll! Auf so einem Tisch seziert man normalerweise Leichen. Normalerweise. Eine blutige Grillzange? Warum ist da eine Grillzange? Ein Projektor? Ein uralter Filmprojektor. Bin gespannt, ob der noch funktioniert. Solange ich keine Filmrolle eingelegt habe, ist das Ding nichts anderes als eine weitere Lampe? Dann mach ihn wieder aus. Okay, Tür brauche ich mir eigentlich gar nicht angucken. Weil die ist hundertprozentig zu. Ja gut, Leinwand brauche ich mir jetzt nicht angucken. Skelett kann ich mir noch angucken. Recht unpraktisch, so ein Knochengerüst. Was soll ich damit? Weiß ich nicht. Huch, der Schädel scheint nicht fest zu sein. Okay, ein Schädel kann man immer gebrauchen. Jupp, der ist lose. Also her damit. Besser Zweiköpfe als gar keinen. Dann kann ich noch mit dem Kassettenspieler irgendwas machen, aber fragt mich nicht was. Ein Chemiebuch von 1972. Vielleicht ja trotzdem nützlich. Ein leeres Fläschchen Riechsalz. Hier scheint es ja enormen Bedarf daran zu geben, Leute aus einer Ohnmacht zu wecken. Also ich weiß noch nicht, was ich mit den Sachen anstellen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, Oberschenkelknochen kann ich auch mitnehmen. Der Spruch, die Beine in die Hand nehmen, bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Kühlfach mit Leiche, das will ich eigentlich nicht nochmal angucken. Da drin liegt eine stark verweste Leiche. Die muss ich mir nicht nochmal ansehen. Ja, okay. Vorhin geschlossen. Können wir das Vorhin geschlossen nicht damit irgendwie... Da müsste ich Stunden feilen, bis ich das offen habe. Okay. Und die Zeit habe ich nicht. Wahrscheinlich ist auch der Schlüssel hier in der Kiste drin. Oder halt im schlimmsten Fall bei dem Kerl selber. Kein Türgriff. Nur ein Schlüsselloch. Ich versuche es gar nicht erst. Ich habe gehört, wie viel abgeschlossen hat. Okay. Ja, dann haben wir uns gleich... Eine alte, vergilbte Leinwand. Ja, dann haben wir uns jetzt alles... Warte, ne, dann machen wir erst noch hoch. Hoffentlich gerade den Part beenden wollte, aber egal. Da ist was. Kamera-Zubehör? Okay. Das kann man auf jeden Fall wieder runter machen. Jetzt haben wir diese... Diese... Diese Farbfilter. Verschiedenfarbige Folien in einem Rahmen. Man kann sie aus... Okay. Fragt sich nur, wie die Kamera ist, ne? Okay, okay, okay. Gut. Jetzt haben wir uns soweit alles hier angesehen. Ich habe noch keine Idee, was wir machen können. Können wir den Skalpettl Schloss aufkriegen? Nein, natürlich nicht. Ähm... Ja, das wird dann halt im nächsten... In der nächsten Folge ein bisschen ausprobieren und rumprobieren sein, was wir hier machen sollen. Irgendwas sollen wir uns auf jeden Fall angucken mit den verschiedenen Filtern. Irgendwas wahrscheinlich entdecken. Vielleicht auch für... Also etwas, was dafür sorgt, dass es zeigt, dass wir unschuldig sind. Und ja, ich bin mal richtig, richtig gespannt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Thay.